Willkommen zu dem Lehrvideo Ausgabe in Wieshoff Premium 2018. Im Bereich Ausgabepläne stehen einige nützliche Neuerungen bereit. Erstellen Sie wie gewohnt ein Textfeld. Neben der Anpassung der Schriftgröße können Sie nun auch eine Hintergrund- und Rahmenfarbe zuweisen, um Ihren Text optisch hervorzuheben. Setzen Sie Verweise mit Hilfe von Pfeilen, deren Farbe und Dicke Sie natürlich auch anpassen können. In unserer umfangreichen Bibliothek finden Sie jetzt neben elektrischen auch Rohrleitungs- und Sicherheitssymbole. Zur besseren Veranschaulichung platzieren Sie Bilder in Ihren Plänen direkt aus dem Seitenbrowser heraus. Zudem können Sie nun in den einzelnen Plänen Informationen zu Hersteller und Farbe der Fugen einblenden. Viel Erfolg beim Arbeiten mit Wieshoff Premium 2018!